Wie kann so ein Digital Performance Audit nun praktisch aussehen? Es ist ja eine gemeinsame Bestandsaufnahme von vorhandenem. Das heißt, wir setzen auf Inhalte auf, die es bei Ihnen im Unternehmen schon gibt. Wir erwarten nicht, dass neue Dokumente produziert werden. Wir würden gemeinsam festlegen, welche Gesprächspartner wichtig sind, welche Stakeholder einen guten Blickwinkel für diese Diskussion beitragen können und wir würden überlegen, welche Dokumente wir für die weiteren Überlegungen benutzen. Typischerweise sind das Digitalisierungsstrategien, Unternehmensstrategien, QM-Strategien, aber auch ganz praktische Themen wie Projektportfolios, Projektplanungen oder Bebauungspläne für Ihre Applikationslandschaft, falls es das gibt. Als Ergebnis können Sie zwei Arten von Handlungsempfehlungen erwarten. Der eine Typ sind akute Maßnahmen, wo der Handlungsbedarf vielleicht dringlicher ist und der zweite Typ von Handlungsempfehlungen bewegt sich im Bereich von Inhalten, die man auch in eine zeitliche Taktung bringen kann, in eine Roadmap oder sich nach Priorität überlegen kann, was zu welchem Zeitpunkt notwendig ist. In jedem Fall werden wir die Empfehlungen an Best Practices spiegeln, an Erfahrungen, die wir in anderen Unternehmen gemacht haben oder gegebenenfalls auch an technischen Möglichkeiten, die mittlerweile kostenoptimiert umsetzbar sind.